Der wollte ich auch mal anwendeln. Stell das dämliche Gedudeln ab! Ich bin noch nicht fertig! Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Verzeihung. Entschuldigung, Miss Corningstone, was wird denn das? Ich brauche diesen Rekorder, um meinen Beitrag vorzubereiten, Ron. Ja, wir haben hier gerade zu tun. Ich zeige Jeffrey mein Emmy-Band und damit ein Stück Zeitgeschichte. Mr. Burgundy, ich bin ein Profi. Und ich würde wirklich gern meine Arbeit erledigen. Na ja, na ja, was für ein Quatsch. Ich bin ebenfalls Profi. Mr. Burgundy, das ist das Verhalten eines Babys. Ich bin kein Baby, ich bin ein Mann. Ich bin sogar ein Moderator. Sie sind kein Mann, Sie sind ein dummer, fetter Witz. Ich bin der Mann, der das Rad erfunden, den Eiffelturm aus Metall und Muskelkraft erbaut hat. Dieses Kaliber Mann bin ich. Sie sind nur eine Frau mit einem winzigen Gehirn. Mit einem Gehirn, das nur ein Drittel so groß ist wie unseres. Das ist erwiesen. Ich werde Ihnen vorführen, dass ich mehr Talent und mehr Intelligenz in meinem kleinen Finger habe, als Sie in Ihrem ganzen Körper, Sir. Sie sind nur eine stinkende Piratennutte. Und Sie sind eine aufgeblasene Blaubeere. Fahren Sie dahin, wo Sie hergekommen sind, zur Hureninsel. Sie mit Ihren albernen Haaren. Was haben Sie da gesagt? Ich habe gesagt, Ihre Haare sind albern. Was geht die beiden dann klären? Das geht nur die beiden etwas an. Die reden nur. Die reden nur. Ich hasse dich. Ich hasse dich noch mehr. Ich will in meiner Redaktion keinen Streit. Alter des Kolumbus tut das weh.